Wildern wär vielen Mobs Warte, wir sind noch an... Ich würd aber noch nicht porten Oh, un-elite, fuck Okay, warte, helft ihm Aber nicht porten Das heißt nicht porten Okay, jetzt Warte, kommst du Armin? Armin kann nicht kommen Ja, aber zieh sofort alles was du hast Oh, fuck Und noch einer Oh, fuck Was macht die da für eine Scheiße? Das Rad ist, du darfst auf keinen Fall alles haben Schaut, dass ihr euch zurückbewegt, sehr, sonst wird das nämlich verdammt eng, die ganze Geschichte Also, ich bin draußen Ja, ich bin auch draußen Fuck Oh, da ist... Oh, Gott Was machst du? Was machst du? Wir bräuchten dich langsam Ja, aber da muss... Ich fahr zu TP Ja, ich bin noch am Freisten Komm, lass's es, lass's es Geht's weg und... Jetzt nicht Boah Ich fahr zu mir wieder, welche Wissen? Und deswegen hab ich gestern mal zu dem Bullshit gesagt Ja, das ist so'n scheiß Last Beilau Vorsicht, nicht da reinlaufen Nicht da unten reinlaufen Wenn ich original ne Sackgasse Ja, danke Der kleine ist ja auch so'n Pimp Ich hab den Geld Du musst ja auch den Zuschauern was bieten auch Na, Alter, schlecht Das war doch scheißegal Hallo Vielleicht noch Keyboarden dabei irgendwo Ich bin Hardcore Nee, der war nicht dabei Ich brauch nicht... Ich brauch nicht... Ich brauch nicht... Ich brauch nicht Double Hardcore, ja? Mir reicht das einmal Boah Jetzt ist mir aber ziemlich wappen worden, muss ich sagen Und ja, ich war wieder kurz vorm Sterben Ja, da war... Also ich war auch runter auf 20, 30 Prozent, ja? Mehrere Male Warte, was da rumliegt, ja?